Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir mal wieder was ganz Neues, was auch für mich ungewohnt ist. Ihr werdet das gleich an dem Setting, in dem wir hier sitzen, schon erkennen. Und zwar werde ich relativ regelmäßig gefragt, was fahrt ihr denn eigentlich für ein eigenes Reisemobil? Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ja schon immer eine Mietstation mit dabei gehabt, auch als wir noch mit meinen Eltern unterwegs gewesen sind. Und wir haben eigentlich schon immer versucht, möglichst viele verschiedene Fahrzeuge zu fahren und zu gucken, was sind die, damit man einfach weiß, was sind die Vor- oder Nachteile der einzelnen Konzepte. War ich eine Woche mit einem Auto unterwegs, kann ich hinterher sehr viel klarer sagen, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Und damit ist die Beratung für euch dann tatsächlich auch einfach, einfach besser, die wir euch bieten können. Und an genau dem Punkt stehen wir auch dieses Jahr wieder. Was fahren wir eigentlich nächstes Jahr? Jetzt hat sich meine Familiensituation inzwischen über die letzten Jahre geändert. Die ersten Jahre war es noch relativ egal, wo wir meine Kinder hingelegt haben, weil die einfach noch klein genug waren und irgendwo im Kinderbett, Reisebett oder zwischen uns geschlafen haben. Inzwischen sind die beiden aber sechs und acht und damit einfach ernstzunehmende Schlafplätze, die man braucht. Und das macht die Auswahl für uns als Familie auf dem deutschen Markt und vor allem bei den Marken, die man so zur Verfügung hat, einfach schon relativ klein. Für uns war von Anfang an klar, ein großes Reisemobil, also irgendwie ein Alkhofen, sieben Meter fünfzig, großes Bett hinten, Etagenbetten hinten, oder Alkhofen vorne und Etagenbetten hinten, mag im Alltagsnutzen oder im Nutzen vor Ort viele Vorteile haben, weil man einfach mehr Platz hat. Wir sind und bleiben aber einfach mit den Kastenwagen verheiratet und ich habe keinen Bock, so ein großes Ding durch die Gegend zu fahren. Es ist von Anfang an für uns klar, dass wir ein kleines, kompaktes Auto fahren wollen. Es geht mir um Crashsicherheit, um all diese Dinge, aber vor allem auch um das schnelle, unauffällige Bewegen und eben auch mal eine halbe Nacht ziemlich knacken lassen zu können und anzukommen, da wo man hin will. Wenn man dann natürlich als Familie bei den Kastenwagen anfängt zu schauen, dann wird es wirklich, wirklich schwer, gute Lösungen zu finden und die unterscheiden sich vor allem auch einfach zwischen verschiedenen Modellen. Jetzt haben wir viel hin und her diskutiert und ich kann einfach mal euch kurz erklären, welches die einzelnen Modelle sind. Zum Teil haben wir das schon abgedeckt, zum Teil werden wir das die nächsten Jahre für uns noch machen. Das Ergebnis kann ich an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. Wir haben uns entschieden, einen Westfalia Columbus 600D mit Aufstelldach fürs kommende Jahr zu bestellen. Warum, erkläre ich euch gleich im Rahmen und wir gehen dann auch gemeinsam die Konfiguration durch. Aber ich hatte noch ein paar andere Autos zur Auswahl, die mich auch sehr begeistern und wir wollen jetzt über die nächsten Jahre die verschiedenen Konzepte gegeneinander stellen und in drei, vier Jahren kann ich ganz klar sagen, für eine Familie mit Kindern sechs und acht, sieben und neun, zwölf und vierzehn sind das die besten Dinge. Grob zusammengefasst, wir haben zur Auswahl für uns dieses Jahr gehabt aus dem Pössl-Modell ja oder aus der Pössl-Modellfamilie den Vario 545, den ich großartig finde, den Tubin Vario, den ich auch großartig finde oder eben ein Pössl mit Aufstelldach, von La Strada den Avanti F und eben von Westfalia die Modelle mit Aufstelldach oder was theoretisch für Familie vielleicht noch in Frage kommen würde, der James Cook. Aber der kommt zum einen erst etwas später und ist dann vielleicht auch als Familie eine Nummer zu viel für uns. Ja, warum haben wir uns für den Columbus 600 entschieden und nicht gegen die anderen, sondern für die anderen danach? Es relativ einfach gesagt, wir haben eine Wahnsinnsnachfrage nach Fahrzeugen mit Aufstelldächern. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich finde das großartig vom Konzept, aber ich habe es noch nicht hundertprozentig selber erlebt und ich weiß auch nicht, wie sich das Familienleben da drin anfühlt und deswegen wollten wir unbedingt ein Aufstelldachauto machen. Da wir auf den Columbus gleich ganz detailliert eingehen, einmal noch mal kurz die Argumente für und gegen die anderen Fahrzeuge vorweg, oder eigentlich gibt es wenig Argumente gegen, sondern es sind einfach konzeptionelle Ideen. Variante 1, der Pössl Vario 5,45. Es ist ein 5,40 Meter langes Auto und ich glaube, wenn man ein kompaktes Familienauto will, ist das großartig. So kurz kann Familie nirgendwo anders so komfortabel reisen. Er hat ein super Bett für Eltern mit 2 Meter mal 1,70 Meter Breite. Er hat die Etagenbetten im Heck und die Sitzgruppe, die man dauerhaft benutzen kann und damit einfach auch ein wirklich gutes Auto hat, in dem man sich wohlfühlen kann. Er ist 5,40 Meter, dann ist zwangsläufig der Stauraum ein bisschen kleiner, aber ich bin mir sicher, dass wir den Vario 5,45 in einem der nächsten Jahre auf jeden Fall fahren werden. Der hat dann noch einen großen Bruder, den Pössl Tubin Vario. Das ist 6 Meter. Beide Autos haben ein aufgesetztes GfK-Hochdach und damit ein sehr hohes Auto, sind vielleicht nicht ganz so unauffällig unterwegs. Und der Tubin Vario hat halt Heckbett hinten quer und das Elternbett, das Kinderbett vorne drin. Ein tolles jetzt im neuen Modelljahr Schwenkbad drin. Da war ehrlicherweise dieses Jahr nichts weiter zur Verfügung. Haben wir alles verkauft, weil der so gut angekommen ist. Der kommt also wahrscheinlich im nächsten Jahr. Und damit ihr euch von den beiden schon mal einen guten Eindruck machen könnt, kriegt ihr jetzt einfach mal ein paar Zusammenschnitte von Vario 5,45, so ein paar Eindrücke, dass man das bekommt. Die kommen aber dann ganz ausführlich in den nächsten Jahren. Und damit ihr euch von den beiden schon mal einen guten Eindruck macht. das sind die eindrücke zu pössl vario 545 und tuben vario gewesen vom vario 545 ändert sich jetzt ja zum neuen modell ja relativ viel deswegen haben wir noch keinen film dazu der kommt in kürze wir werden jetzt diesen herbst noch den ersten bekommen und den stellen wir euch dann natürlich auch ganz ausführlich vor also an dieser stelle wer sich dafür interessiert einfach den kanal abonnieren dann kriegt ihr auch eine erinnerung wenn es soweit ist und von den fahrzeugen damit wir gleich das paket einmal abrunden denkt dran uns auch bei instagram zu folgen da kommen auch immer wieder bilder kurze video sequenzen dass man eindruck davon bekommt was alles möglich ist ja von la strada wäre der avanti f das passende gegenstück zur familie der sechs meter 36 also damit etwas länger hat ein sehr sehr großes doppelbett hinten und ist der einzige der von außen nicht zu erkennen ist ob ein familienfahrzeug ist das heißt er hat von außen die extra hohe extra lange aber ausschließlich blechkarosserie also den h3 l4 kastenwagen von fiat den haben wir letztes jahr gehabt der ist toll als familie der ist vor allem vom schlaf komfort toll so ein bisschen störend an einigen stellen ist dass man wenn das bett vorne gebaut ist in der sitzgruppe nicht mehr aufrecht sitzen konnte aber damit haben wir uns super gut arrangieren können und vom möbelbau ist das sicherlich ein fahrzeug was das obere ende von dem beschreibt was in der kastenwagen welt möglich ist da haben wir gerade ein kurzes video vom avanti f gemacht auch da kriegt er jetzt noch mal fünf kurze eindrücke damit ihr seht wie so ein avanti f von innen aussieht und entschieden haben wir uns am ende für den columbus 600 d und ich habe mir hier schon mal den konfigurator von westfalia auf der westfalia website aufgemacht und da gucken wir jetzt mal bei westfalia kann ich ja bei fünf meter 40 und sechs meter autos ein aufstelldach dazu bestellen und da muss man ganz klar sagen ich bin nicht zierlich die kinder sind groß und action geladen für uns ist ganz klar als familienauto sind sechs meter die wahl die wir für uns brauchen das hat dann auch den vorteil dass wir eine sehr breite sitzbank haben und also solche dinge ich habe auch viele familien die mit fünf meter 40 fahren bei uns im kundenkreis da sind wir einfach nicht zierlich genug für und brauchen ein bisschen mehr raum wenn man sich dann für columbus sechs meter entscheidet stehen columbus 600 und 601 zur auswahl die unterscheiden sich in der breite der sitzbank und in der auswahl von kühlbox und kühlschrank und da ist ganz klar so dass wir unbedingt die kühlbox haben wollten deswegen sitzen wir heute auch in einem columbus 600 damit man vielleicht gleich noch mal die eine oder andere referenz hier drin sehen kann und zwar haben wir dann hier unten wenn wir darüber schauen die kühlbox auf der stirnseite das finde ich einfach so super cool dass man die von innen und von außen beladen kann die einkäufe gleich reinpacken kann und das was für mich am spannendsten ist es reicht das für uns wirklich als familie wir sind schon mal columbus 641 gefahren als die kinder noch nicht da waren da war es toll 640 gefahren da war es toll aber jetzt mit den kindern wird spannend ja wir legen einfach mal los ich drücke immer ich habe den konfigurator selber auch noch nicht durchgespielt sozusagen das heißt wir gehen jetzt einfach mal in die konfiguration ich habe ein columbus 600 d weil er einfach von der ausstattung neu ist wir werden die nächstes jahr auf jeden fall mit 178 ps fahren wollen weil ich auch die automatik haben will die automatik mit dem großen motor einfach dann ja noch mal deutlich mehr drehmoment freigibt und das interessiert mich einfach wie das langfristig ist konfigurier ich mir oder grundsätzlich bei der konfiguration muss man glaube ich sehr darauf achten westfalia columbus viel ausstattung wir werden am ende des tages immer in gewichtsprobleme bekommen das heißt vier eingetragene sitzplätze und alles drumherum wird schwierig ist für mich auch eine spannende geschichte wir werden den wagen dann auch wiegen und auch genau dokumentieren wie die welche extras reinkommen und was die mehr oder weniger wiegen das heißt ich muss einerseits gucken dass wir möglichst gewichtsorientiert planen und andererseits auch sagen gut aber ich will es ja auch schön haben und das ist das dilemma in dem wir alle stecken wenn wir die fahrzeuge konfigurieren wo man auf keinen fall drumherum kommt ist das westfalia chassi plus paket da sind im prinzip klimaanlage beifahrer airbag das lichtkonzept mit den lampen und dem dimmer und all solchen dingen drin das zweite was wir hier auf der liste haben westfalia innovationspaket werden wir an dieser stelle überspringen da wäre das elektrische aufstelldach mit dabei das große solarpanel wo wir gleich noch zukommen und zusätzlich das skyroof da geht es ehrlicherweise für mich um um die um das mehrgewicht des elektrischen aufstelldachs weil das skyroof will ich auf jeden fall haben anschluss garantien kann man abschließen bis zum ende der normalen garantie laufzeit das heißt das lassen wir jetzt auch mal auf für mich muss der wagen als maxi chassi kommen wir werden mal gucken ob wir mit der konfiguration dreieinhalb tonnen hinkommen ich habe das große glück dass sowohl uta meine frau als auch ich wir beide den alten führerschein haben bis siebeneinhalb tonnen fahren dürfen dass ich will an dieser stelle nicht ausschließen dass wir später noch mal auflasten aber eine erstkonfiguration versuchen wir das erstmal als dreieinhalb tonner darzustellen deswegen verzichte ich auch auf eine anhängerkupplung sondern nehmen erstmal nur die elektrische vorbereitung für die anhängerkupplung mit dazu dass ich dann wenn ich weiß wie die gewichte sind mich entscheiden kann wie ich den fahrradtransport regeln ob ich ein busbiker nehmen ob ich eine anhängerkupplung nehmen und dann kupplungsträger drauf stellen oder ob wir vielleicht einfach damit leben dass wir fahrräder vor ort irgendwo mieten können ich will unbedingt die automatik haben deswegen bestellen wir hier die neuen automatik mit dazu der konfigurator sagt das ist eine zwangsverknüpfung mit den 16 zoll leichtmetall felgen da nehmen wir jetzt mal die einfachsten mit dazu das werde ich mit dem werk für mich noch mal erklären weil ich glaube dass ich beim maxi chassis dass die automatik auch mit stahl felgen bestellen kann da schauen wir uns aber noch mal an da ich später vor habe mit unserem partner orc das fahrzeug mal mindestens auf 18 zoll felgen zu stellen vielleicht sogar ein tick höher zu legen müssen wir auf jeden fall die schwarzen radlauf verkleidung mit dazu nehmen damit man die 18 zoll felgen hinterher vernünftig eingetragen bekommt und dann verzichte ich aber auf diese ganzen neuen assistenzsysteme es gibt ja notbrems spurhalte waren und fernlicht assistent und all solche dinge das brauche ich tatsächlich nicht fernlicht kann ich selber an und aus machen verkehrsschild erkennung hat finde ich ganz praktisch brauche ich aber für mich nicht unbedingt und den todwinkel assistent werden wir wahrscheinlich über ein anderes radios will ich nämlich für uns auch ausprobieren ich schalte hier mal um das habe ich schon ein bisschen vorbereitet von dynawin gibt es dieses dv 69 01 das sind sieht man ja hier zwei spiegelkameras die links und rechts an die spiegel angebaut werden eine kleine frontkamera und dann kommt so ein zusätzlicher monitor aufs armaturenbrett das könnt ihr hier ganz gut sehen dass man hier oben rückfahrkamera totwinkel und frontkamera hat und da das viele leute bei uns nachfragen will ich das in unser auto auf jeden fall auch mit einbauen damit ich einfach nach einem halben jahr sagen kann daumen hoch finde ich gut oder oder lieber auch nicht deswegen lassen wir das radio raus ja das thema große dachfenster fällt leider komplett weg weil wir das aufstelldach drauf haben das ist tatsächlich auch der grund warum wir uns in diesem jahr für ein aufstelldach bei westfalia entschieden haben weil ich da das glück habe dass ich mit aufstelldach trotzdem das skyroof haben kann das heißt wir werden hier drüber kein fach haben sondern das große glasdach und westfalia hat sich ja entschieden das aufstelldach ohne dachhaube anzubieten bei pössl hätten wir eine dachhaube im aufstelldach und deswegen würde es mir zu dunkel werden und deswegen mit dem skyroof hier hinten die zusätzliche batterie lassen wir auch raus weil wir gewichtsorientiert am ende des tages ladebooster und lithium batterien und sowas alles mit einbauen werden was ich aber unbedingt haben will ist das solarmodul für für das aufstelldach da ist natürlich das aufstelldach eine zwangskombination das hat er mich gerade gefragt das werden wir damit reinsetzen klimaautomatik nehmen wir mit dazu die wärmedämmende frontscheibe nehmen wir auf jeden fall mit dazu dass wir wenn die sonne sehr aufs fahrerhaus drückt wir das mit rein nehmen können eine der besonderheiten weshalb mir der westfalia columbus gut gefällt ist das winterpaket das heißt wir haben eine fußbodenheizung beheizten abwassertank und solche dinge mit dabei und da bin ich jetzt hin und her gerissen werden wir in die berge fahren versuchen wir mal damit skifahren zu gehen da müsste ich das höhen set mit bestellen das braucht man ab ungefähr 2000 meter höhe einerseits denke ich das kommt realistisch nicht vor andererseits denke ich sind in diesem gesamtpaket auto auch nur 337 euro das ist ein haufen kohle aber wenn man dann doch mal in die berge fährt wir bestellen das mal mit am ende des jahres sage ich euch ob das quatsch war oder nicht ersatzrad muss sich leider rauslassen aus gewichtsgründen damit wir überhaupt eine chance haben mit den dreieinhalb tonnen klar zu kommen das wird nicht anders gehen schmutzfänger brauchen wir nicht weil das mit den 18 zoll felgen nicht passt und warnanlagen also die alarmanlagen und sowas machen wir hier selber bei uns ich immer denke wenn man schon eine alarmanlage macht dann bitte auch eine richtige die gut funktioniert ja jetzt kommen die schwerste entscheidung außenfarbe wir haben lange darüber diskutiert wir wollen es ein bisschen offroadiger und cooler machen wir werden den wagen in dem regio campo volo für uns bestellen wir haben und chris nick das gescheint ihm also zu gefallen weil ich glaube mit schwarz oder anthrazitfarbenen großen felgen der at bereifung vielleicht machst du mal wir haben letzte woche in avanti xl ausgeliefert in rot der ein bisschen höher gelegt auf den felgen steht ungefähr so der ist jetzt knallrot aber in grau aber mit den gleichen felgen und höher gelegt stelle ich mir das vor und dann könnt ihr mal vielleicht unter das video schreiben ob der bullfänger der vorne dran ist ob wir sowas bei unserem auto dann auch machen sollten immer vorausgesetzt wir können uns das gewicht erlauben als farben schwarz hätte ich noch schick gefunden aber das ist einfach in seinem auto wo wir keine dachfenster oder sowas haben glaube ich einfach schnell zu warm und weiß geht bei westfalia immer eigentlich das tolle ist bei dem westfalia schwarzen streifen an der seite sieht fast jede farbe cool aus nur für die richtig mutigen farben vielleicht im nächsten jahr was ganz knalliges buntes elektrisch anklappbare spiegel brauche ich nicht ein park hilfe hinten brauchen wir auch nicht weil wir die kamera haben und sowieso immer fahrräder dabei haben werden dann nehmen wir das lenkrad mit bedienelementen auf jeden fall dazu radio machen wir selber da nehmen wir nämlich dass die das wahrscheinlich das große dynawin radio aber auf jeden fall ein großes radio mit rein deswegen verzichten wir auch ab werk auf diese ganzen radio konfiguration lautsprecher im fahrgastraum brauchen wir nicht weil die bei westfalia hinten im heckbettbereich sind und wir da lieber mit einer bluetooth box arbeiten ganz wichtig kühlergrill schwarz glänzend damit das vom farbkonzept alles passt die scheinwerfer mit dem schwarzen rahmen sind sowieso immer beim columbus serie led tagfällig klar sitzheizung wenn wir schon höhenzeit haben und die berge wollen auf jeden fall eine sitzheizung in der mitte unbedingt den cup holder das sind so die sachen die wir da brauchen nächster posten hier heißt verstauen und schutzsysteme trennwand oben ist die abtrennung zum heckstauraum die will ich unbedingt mit dabei haben beim columbus mit der kühlbox den einhängekorb da ist bei uns der plan noch einen zweiten separat dazu zu bestellen damit man die kühlbox schön aufteilen kann eine markise wird unser fahrzeug auf jeden fall bekommen damit wir aber die zulassung mit den dreieinhalb tonnen geregelt bekommen werden wir die markise nachträglich bei uns bauen und das ist ehrlicherweise einfach ganz schmaler grad einmal muss das auto natürlich werkseitig die gewichtsansprüche erfüllen damit wir ihn als dreieinhalb tonner mit vier sitzplätzen und allen rechtlichen anforderungen haben können da ist aber für jeden sitz platz 75 kilo personen eingerechnet sind meine kinder deutlich leichter als ich und sicher noch sehr weit weg von 75 kilo das heißt wir werden das auto nachher für uns wiegen und dann im nachgang entscheiden ob wir auflasten oder nicht wenn wir uns mit dem innendekor vom columbus 600 befassen das worauf wir hier sitzen könnten das ist der polsterstoff roseland das finde ich persönlich schon schick aber wir waren ja vor ein paar wochen bei westfalia im werk und da haben wir einen arm monzen 600 e gefilmt der hatte kunstleder mit drin und das hat mir irgendwie ganz gut angetan jetzt habe ich noch zwei so kleine chaos kröten die auch das ein oder andere mal mal gerne sich draufsetzen liegen lassen um kippen und da ich da vielleicht ist kunstleder für uns als familienlösung das richtige deswegen haben wir entschieden dass wir für das nächste jahr kunstleder mit dazu nehmen und zwar werden wir das also grundsätzlich sind das die wahlmöglichkeiten die ich habe wir haben den polsterstoff roseland den ihr hier seht den serienstoff da macht christ euch jetzt einfach auch noch mal ein bild rein der ist hier außen hell und in der mitte auch gleichbleibend dunkel dann gibt es auf preis 1290 euro den das kunstleder das gibt es in den drei farben so ein beige braun ich glaube aubergine wie heißt das das heißt gibsen aber das ist ein aubergine farbton und ein echtes schwarz jetzt ist für mich so gewesen dass ich denke nur schwarz finde ich dann auch irgendwie langweilig aber das hat so eine ganz ja ganz angenehm mir ist ehrlicherweise als wir in dem auto waren auf den ersten blick nicht mal aufgefallen dass es kunstleder ist voll leder gäbe es natürlich auch nur damit ihr mal eine idee bekommt was die farbums die farbwahlmöglichkeiten sind das ist das was ihr an normalen ledervarianten haben könnt also wer da nichts findet aber dem ist dann auch nicht mehr zu helfen in sachen geschmacksfragen und dann gibt es noch wenn man leder nimmt könnte man das auch mit som das muss jetzt anders heißen das darf nicht mehr alcantara heißen hat einen neuen namen ist aber von den eigenschaften so wie alcantara also so ein mikrofasern das gibt es ich meine regenbogen hat weniger farben glaube ich in allen varianten wir haben jetzt kunstleder wir haben uns auch entschieden ein komplett kunstleder zu machen wenn wir leder oder kunstleder bestellen gibt es westfalia seitig so ein konfigurations zettelchen was wir dann gemeinsam ausfüllen mit euch wo man sich eben aussuchen kann welche farbe soll das was jetzt hier in diesem gemusterten stoff ist bekommen welche farbe soll die wangen bekommen wir machen wie gesagt alles schwarz haben uns dann aber entschieden dass wir hier in dem was jetzt gemustert ist in der mitte so eine rauten steppung mit rein machen und da kann man sich bei westfalia zwischen allen farben entscheiden und wir werden die farbe der rauten steppung dem campo volo grau von außen anpassen und auch hier draußen auf den schwarzen flächen eine kontrastnaht in dem grau machen dass wir so ein bisschen das fahrtkonzept schwarz grau von außen wieder aufnehmen und weil es ja auch für uns auch ein werbeträger ist nehmen wir natürlich die westfalia windrose mit dazu dann kommt hier in die kopfstütze in dem gleichen faden wir haben das ich glaube die farbe hieß ihres das heißt um eine idee zu bekommen das kommt in videos ja eh immer nicht ganz so rüber so ein lichtgrau in hell das ist das was wir nehmen als kontrast dazu dann hat man nicht eine weiße naht was oft bei schwarzem leder ist und ich glaube dass wir mit der mit der rauten steppung und den windrosen dann ganz schickes gesamtkonzept haben wenn wir auf skyroof gehen gefällt natürlich dieses fach hier oben weg wir haben dann das aufstelldach obendrauf als betten deswegen brauchen wir das zusatzbett unten nicht und dann kommt hier ein schöner kleiderschrank dass wir zumindest die jacken dort weg hängen können die spiegeltür ist in meinen augen nichts für uns als familie mit kindern die überall dran touchen da habe ich keine lust zu hinterher zu putzen deswegen bleiben wir bei der normalen nasszellentür außendusche nehmen wir auf jeden fall mit dazu damit einmal von draußen die haare ausgespült werden können und der schwenktisch das heißt hier das ist der gleiche tisch wie hier mit dem breiten ausschwenkteil die nehmen wir auch mit dazu das aufstelldach ist klar das war haben wir vorhin schon mit reingenommen das schöne beim westfalia aufstelldach ist dass es relativ hoch ist und wir dadurch bettwäsche wahrscheinlich oben drauf liegen lassen können elektrische bedienung brauche ich nicht was wir aber auf jeden fall mit dazu nehmen wenn wir schon das höhen set und das winterpaket haben die isolierung für den faltenbalk des aufstelldachs dass man auch im winter damit mal fahren kann da bin ich super gespannt wie das werden wird und dann ganz klar das skyview sonnendach oben mit dazu das heißt hier oben glasdach das ist anders als beim pössl summit prime nicht zu öffnen dafür aber ein echtes glasdach wo da die vor und nachteile sind müssen wir mal im laufe der zeit gucken wenn man das skyview mitnimmt dann fällt der platz wo die radio antenne eigentlich wer weg dann deswegen müssen wir da an der seite die dhb antenne nehmen und für uns auch ganz klar die breite sitzbank mit dazu so sieht unser westfalia columbus 600d aus mit dem wir nächstes jahr urlaub machen werden was sind die kernaussagen summe der listenpreise 84.296 euro bei 19 prozent mehrwertsteuer als modell 2021 so heißt das modell ja jetzt das ist relativ viel geld dafür haben wir aber auch eine fußbodenheizung aufstelldach vier sitzplätze doppelt isofix viel stauraum skyroof großen motor automatik ganz viele tolle sachen mit dabei die zuladung erst jetzt mit einer masse im fahrbereiten zustand hier im konfigurator von 3.215 kilo angegeben das heißt wenn ich richtig rechne zu dreieinhalb tonnen sind das noch 285 kilo jetzt bin ich leider nicht der normdeutsche mit 75 kilo sondern grob geschätzt eineinhalb normdeutsche dafür sind die kinder aber deutlich leichter wir werden das auto am ende verwiegen und dann entscheiden ob wir mit dreieinhalb tonnen klarkommen vielleicht mit ein bisschen spielraum da arbeiten müssen oder ob wir auf 4,25 tonnen auflasten insgesamt glaube ich ist das eine runde sache mich würde interessieren ob ihr interesse an diesem projekt habt und ob wir das dann auch über das jahr begleiten sollen mit den dingen die wir einbauen und vielleicht auch mal dem einen oder anderen praxistest und ein bisschen durch die gegend fahren und gucken oder ob ihr sagt nee lass das auto mal die saison durchfahren und am ende des jahres dürfen wir gerne noch mal ein fazit ziehen es freut mich dass ihr dran geblieben seid wenn ihr sagt das oder das würde ich in der konfiguration komplett anders machen klar einige dinge sind einfach geschmack da überlasst ruhig einfach uns da wäre es nicht einfach den geschmack akzeptiert wie er ist aber bei technischen dingen anregungen wäre ich gespannt ob ihr noch was habe gesagt das würde ich auf jeden fall anders machen dann schreibt das einfach unten in die kommentare ja ich freue mich dass ihr dran geblieben seid wünsche euch viel spaß bei den weiteren videos bleibt gespannt es kommt noch bestimmt viele familien grundrisse die wir im laufe des kommenden winters vorstellen ja und da werden wir uns stück für stück durchhangeln bis bald im nächsten video